Musik 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 Ich denke wir gehen noch Level 1 Aber dass...irgendwie... Wenn ich Assault bin Ich weiß nicht Auf welchen Level kommt das Level? Wenn ein Stand lieber kommt Eigentlich Mit dem jetzt musst du wirklich nur ein wenig gut spielen Ja, weil ich habe jetzt An zwei Orten Sterne bekommen Ok Wir packen ab und zu an Also ich habe irgendwelche Punkte gemacht Aber keine Erfahrung ab und zu dazu Ja, vielleicht wenn du halt einfach Trollen Richtig machst oder keine Ahnung Aber beim Tank ist es vielleicht noch schwierig Schon richtig Trollen Oh nein, bitte nicht Was? Ja nein, wäre es auch nicht schlecht, würde ich es mal sehen Ich bin gespannt Ich bin gespannt Das ist jetzt Was? Ich hab dich doch mal Ich bin gespannt Die neue Elite Schöne In Sachen Ja, er hat einen Glatzer. Doch, ich war heute im Koffer. Und, hast du einen Glatzer? Nein. Warum habe ich das gemacht? Eben, Glatzer. Mit Scheele. Ein Kollege hat mir nicht wieder geschnitten. Ah, der hat einen anderen Nazi-Kollegen. Nein, der Albaner-Kollegen. Oh, shit. Was heißt? Ich verehre den Hitler ja auch. Von dem wäre es ja nicht etwas schlecht. Keine Angst in dich. Alles cool. Er hat es mir für eine Seite kurz gemacht. Noben hätten wir lange gemacht. Ich fühle mich dir. Und, wie geht es mit deinem Bart? Hast du schon gemerkt? Nein, der Bart ist weg. Ich habe gerade Bock mehr gehabt. Er hat mich angeschützt. Also, wegen Isis. Wenn du sie aufgeladen hast. Wie viel ohne er hat geschrieben. Ich habe einfach den Bart weg. Wie ist jetzt für Isis. Distillery. Ey, da sind wir aber noch nie gewesen, oder? Es gab einen Zoom. Oh, das haben wir vorher gespielt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das ist der herzeste Soldat. Ich weiß es nicht, das ist der herzeste Soldat. Ich weiß es nicht, das ist der herzeste Soldat. Buffalo Soldat. Was? Was? Hm. Komm jetzt. Was sind dir WhatsApp am Schreiben? Oh, jetzt bin ich drin. Ah, jetzt bin ich drin. Ah, jetzt bin ich drin. Ich bin jetzt drin. Ey, du suckst. So. Hey, Henk. So, äh, warte, was haben wir da noch? Äh. Ah, du kannst einfach den Skin auswählen. Ist... ...geil ist Skinny. Ich muss nachher mal schauen. Jetzt dringend jetzt das dritte Monster. Das härteste Monster, was es gibt. Und nicht den Kraken, den wir noch nie gesehen haben. Julius, bitte, 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 bitte. Yes. Ah nein. Achtem, Julian. Da, 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 da. Ja, gut. Aber wenn ich den Kraken hätte, würde ich ja noch den Kraken. Nein, nein. Dann würde er viel zu viel stappen. Er bliegt recht davon, dass seine Blitzwellen runter und seine Eier erhängt. Also kommt die Folge einbägen. Let's go. Math. Ich schaue ein bisschen Mathe. Let's go Mathe. So, dass man sich mehr an den Hengen kann. Ja. Okay. Krass. Ah, die die auch. Or not. Ah. 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 Scheisse, das Video stockt. Ich glaube, ich werde das Fraps wieder ausstellen. Oh nein. Wenn in combat, use the laser cutter to deal heavy damage. Aim the orbital barrage. Then deploy it to rain down depth from above. Was? Siehst? Plötzlich. Rocker has been banned. Was? YouTube? Nein. Go, go, go. Oh, aber ich habe ihn zu nahe geschrieben. Nein, ich habe geschrieben. Shut the fuck up. Ich habe gesehen. YouTube. Oh shit. Er schneit. Das ist ja nicht zuerst einmal. Ja. Ja. Hey, du sagst ja schneien. Nicht schneien. Er ist hinterher gelaufen. Äh, hinterher, hinterher. Ah. Easy. Ich sehe noch eine Fusspur. Da hinten. Ja. Okay. Vier. Ist das eine neue Map? Da bin ich noch nicht erkannt. Nein, es gibt damals verschiedene Wetter. Ja, so wie ich ihn nicht. Weißt du nicht mehr da hinten? Es war durch das Wasser, wo man so Panik kam. Wo einer nach dem anderen wieder gestorben ist und dann wieder zu kam. Okay. Oh. Ein riesiger Fischer. Oh, es lag. Oh, es lag. Was ist los? Oh, dort ist er. Hast du ihn gesehen? Nein, nein. Nein, das ist das Monster einfach. Ja. Er ist down. Monster ist down. Neues Monster. Ah, ja. Oh, nur ein Monster. Oh, nur ein Monster. Boah, ich habe gerade gemacht. Das Teil lebt noch. Aber ich sehe keine Vorspuren. Ja, wir sind falsch. Ja, wir sind falsch. Ähm. Ja, übrigens, das ist der, der Level 17 ist. Ja. Ja. Dürfen. Was? Da hat Scare Birds. Andere Richtung. Da bin ich wohl durchgelaufen. Keine Ahnung, wo du durchgelaufen bist. Let's see. Ja, shit. Kannst du ihn? Spuren. Mhm. Jürgen, wo gehst du? Jürgen von der Watch dran gefickt. Ich habe jetzt Monster gekillt. Kein Stress. Buff. Movement Speed. Nice. Ja, Spuren. Okay, komm. Jürgen, wir haben ein wenig Stress. Ja, wir haben das Movement Speed. Dann hast du hochgegangen. Okay. Oh, es sieht alles ein grosses Monster. Hm. Wo ist er? Ah, da hinten. Okay. Wow, es greift mich da. Du hast ein grosses Monster. Oh, ich finde ich da falsch. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Stay still. Ah, er ist schon am Upgrade. Fuck. Das ist eigentlich noch schlau. Also, am Anfang einfach auf Monster gehst. Also, als Monster auf die kleineren Menschen. Das machen wir alle. Ja. Ausserdem, wir sind genug schon ein Gewinner, dann können wir ihn halt jagen. Und dann kommt er nicht dazu zum Fressen, weil das Fressen geht ewig. Okay. Oh, jetzt laufst du viel schneller. Macht das mega Lärm. Spuren sind nach oben. Ja, aber er ist nach oben. Er ist irgendwo in der Bühne. Ach, du hast gehört. Vega, Vega. Ah, das war das. Er hat gefressen. Ja. Ah, ich bin draussen. Lauf, 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 lauf. Weiss ich. Ja, wenn wir ihn gleich hauen. Nein, wir müssen doch nicht. Weg. Weiter, weiter. Er ist nur 100m für uns weg. Aber weiter? Wir müssen ihn nicht ablenken lassen von der X. Ja, vielleicht können wir gleich den Boost aber auf jeden Fall nicht. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nein, 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 nein. Pannen. Nice. Was? Mäusche. Klick auf vor mir. Ah. Ein Rand, ein Rand, ein Rand. Direkt dahinter. Ah, shit. Fucking Shitpack. Dinnen. Oh shit. Wieder so ein dummes Viecher. Hane, fimporte. Okay, also ich bin tot. Joom, f***ing hell. Ich habe ihn geslowt, das muss ich machen, Vega rettet. Nein, ich bin tot, tot. Ah, sogar ganz tot? Ja, aber mich hat jetzt ein Monster gefassen. Oh, er ist auf mich, er hat auf mich, er hat auf mich. Aber das Back-Tater-Mode ist auch noch gut, wenn ich ihn aufnehme. Oh, ich bin down. Ja, er ist down, er macht den Rogen kaputt. Ich bin tot. Geh ich noch einen, Kartus. Ja, wo bin ich? Ich sehe nicht mich, ich bin voll im Feuer. Er kommt, er kommt, er kommt. Weg, Kartus. Ich fluchte, ja. Nein, nein. Damage machen, Damage. Ah, er ist tot. Ist bei dir jetzt auch nur 5 Minuten oder 4? Ja, ja, ja. Jetzt haben wir 1 Minute. Also, sobald er stirbt, gilt es abends. Ich kann dich heilen, aber du bist weiter weg. Ich muss segeln. Jungs, 1 Minute aushalten. Ja, 5 Sekunden. Nein, du bist so blöd. Ich muss segeln. Und dann kommt er da rauf, du gescheitest. Jetzt bin ich tot. Wow. Ich kann dich ja nicht heilen, wenn du wegsiehst. Ja, die Gang ist safe, 4 Sekunden. Ja, bringt ihnen nichts. Ich will nicht sterben. 3 Sekunden. Kartus, bist du wieder da? Wieso bist du wieder da? Er gefesselt wieder, als er nicht dir nahe kommt. Ich kann mich... Ich kann mich... Ich habe ihn gefesselt. Ich habe ihn gefesselt. Jetzt bin ich tot. Nein, er ist down. Das Cheatsch, was du da machen, ist weg. Ja, hey, jetzt hast du nur 10 Sekunden, Disi. 10 Sekunden. Das ist total problematisch im Fall. Cheatsch ist weg. Ja. Ja, gib doch deine scheisse Waffe. Ja, jetzt ist noch immer... Ah, das klappt jetzt. 1 Sekunde, wir sind da. Ja. Wir sind da, wir sind da. Okay. Drop out, please! Was sind... Was sind dabei? Holy shit. Jetzt müsstest du doch sterben, dann wärst du zu viert durch. Du hast noch eine Sensor-Grenate gesehen. Aber erlebe, erlebe. Sie sind überlebt ja noch. Ja, ja. Aber er hat nicht mehr viel an. Du musst ihn sofort heilen. Ja, wenn du... Drop, 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 mach! Wo ist er? Da! Ich sehe ihn nicht. Hinter uns, hinter uns. Er ist down. Er ist down. Ich lenke ihn ab, jemand tut ihn heilen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin ganz tot. Ja. Ah, shit. Okay, er ist tot. Fuck. Wow. Nein, 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 nein! Aus dem Wasser, aus dem Wasser! Ja. Uff, nein, ist gut, ist gut. Aha, ja. Ja, sorry. Pass auf, der verfolgt dich. Er hält ab, er hält ab. Du musst echt zu mir kommen. Du musst echt zu mir kommen, Ego, irgendwie. Ja, ich bin jetzt. Komm. Er hat mich gerade weggehittet. Er hält ab, er hält ab, er hält ab. Kartus. Was muss ich machen? Zu mir. Oder... Nein. Ich muss doch jetzt zu mir kommen. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden, ich bin am Boden. Aha. Ihr sollt den Rücken gehen. Ich bin schon mit dem Kassel. Ja, wir schaffen es nicht mehr. Doch. Nein, er ist uns gerade tot. Wir gehen nicht schreiten, wie sie es durchkommen. Nein, ich schaffe es, Mann. Ah, du bist bei ihm. Ja, kann er verloren. Und der Heal, wenn es geht. Ah, warte, ich bin schon voll. Ja, das fehlt. Er ist rechts. Ah, scheisse. Second Strike. Äh, Wego, du hast nur noch einen runter. Also, wenn du jetzt stirbst, bist du fertig. Wieso nur noch eins? Aha, weil ich vorher schon... Ja. Wir hatten nur drei. Also, dreimal kann man sterben. Kann ich nicht mehr rein? Nein. Ah, shit. Nein, er kommt noch drei Mal in den Robchip. Nach drei Mal in den Labern. Du musst deine Energieball geschaut. Das ist wie ein Abschnitt. Du siehst ja wie. Ja, ich weiss es. Ich weiss es. Aber ich habe zwei verloren. Ah, ich habe nur noch eine. Ich sehe es, ja. Ja, darum meine ich. Okay. Er ist gerade vor Wazebo. Aber können wir reden von Down und von Tod? Weil sonst gibt es ein Durrenland. Down ist, wenn man einfach revivieren muss. Er ist in meiner Tod. Ich habe ihn gesehen. Ich weiss es schon nicht. Wir sehen ihn auch. Ja. Wie weit nicht sind wir von mir? Ah, in der Rot gehst du 200 Meter weg. Ich bin 80 von Carthus. Ja, ich habe geschützt. Oh nein. Was ist er okay? Jetzt müssen wir zum Power Relay. Ja. Ja, gut. Zum Power Relay. Okay. Weil er macht sich auch da hinten hochweg. Und ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Ja, ja. Hörsch. Hane. Halt ihn hoch. Ich darf ihn da hinten. Ich brauche Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg. Du bist im Sittler. Scheisse. You need help. Scheisse, der wird. Kannst du schnell markieren. Ah, dort hinten. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Ich. Wo sind ihr? Ich komme jetzt gleich raus. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich brauche ihn. Der ist er. Ich bin tot. Er ist down. Vega, Fallschinn. Ja. Oh nein, er kommt wieder zu mir. Ja, du schaust ihn weg. Ja, kann nicht. Ja, kann ich nicht können. Ich kann nur den Vega. Ah. Ja, Vega. Mach dich unterbar mit 3. Ah, ja. Das hätte ich nicht müssen. Nein, ich bin tot. Du gehst tot. Hey, fuck. Und jetzt komme ich nicht mehr rein. Jetzt bin ich ja tot irgendwie. Nein, ich bin allein. Kommen wir jetzt nicht mehr rein? Oder wie ist das? Nein, ich bin auch da. Doch, doch. Du musst... Es hat keine Minuten mehr, nein. Nein, nein. Ich sage ja, er redet nur über mich leben. Oh, shit. Nein, 2 Minuten. Nein, ich kann mehr leben. Aber wenn ich down gehe, habe ich... Ich habe nur 2- oder 3-mal down. Na, shit. Was machst du? Voll in die Eier, ey. Mach das an, warte. Er scheiss dich gar nicht tot. Schau, er lässt mich, er lässt mich, er lässt... Ah, nein. Nein. Was ist das gegangen? Fuck yo, du! Der Didi ist da? Ja. Ah, ich dachte, wir sind fertig. Nein, nein. Ich habe ihn hier eingesperrt. Was machst du dir denn? Didi, versteck dich. Versteck dich. So bist du jetzt runter. Lein, ruf dich! Geh doch hoch! Hauf! Ich habe keinen Chapack. Ich habe keinen Chapack. Ja, dann musst du ihn noch hochkledern. Ja, ich kann nicht. Lein! Okay. 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 Du gehst nachher auch ganz langsam hochkommst. Und dann kann ich mich wieder hochkommst. Shit. Ah, und wie sieht du es wegen? Level. Ich weiss nicht. Was zu schauen. Ich habe einfach Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe einfach Erfahrungspunkte bekommen, aber... Ja, ich bin Level 0 abgestiegen. Ich bin immer nur Level 1. Oh, scheiße. Yes. Immer nur Level 1. Ich bin im ersten Spiel auf Level 4 oder so. Keine Ahnung. Gut, ich habe nichts mehr können. Das spinnt wieder. Das spinnt wieder. Gestern habe ich auch gewechselt. Dann bin ich sofort auf 4. Okay. Oder der nächste ist in einem Spiel von Level 9 auf 13 auf. Ja. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo haben wir mal übelig Scheisse gebaut. Wie lange können wir eigentlich noch spielen? Bis morgen. Bis morgen. Ah, doch. Bis morgen. Ja. Nein, das ist jetzt für länger. 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 Nein, das ist nur das Schild. Nein, das ist nur das Schild. Ist das zu... Boost? Keine Ahnung. Nein, nein, wir haben ihn nicht einmal einmal über die Hälfte gebraucht. Nein. Nein, das ist recht gut für mich. Und es ist ausgesehen, wo ich Chichi geschlügt habe. What? Bist du ein Anstieg? Pfff. Hm. Das sollte Monster sein. Wieso? Ich habe gerade nicht mit Kollegen. Ja, aber... Oh nein, ich wollte zuerst einmal gespielt haben. Nein, Monster sein. Das sollte so Spass gemacht. Ich hatte zwar keine Chance gehabt, aber es ist so geil gewesen. Ist so geil, wenn du dich versteckst und sie dir an dir vorbeilaufen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie umweg zu kommen, zu verstecken, zu stecken und so. So geil. Ja, aber dann müsste ich schon eher eine Möglichkeit finden, dass wir das machen können. Weil sonst ist... Also weisst du, dass man... ...miteinander spielen kann, aber halt nicht Dinge zu exploiten, einfach zu farmen. Mhm. Exploiten. Oh ja. Das ist so eine Art privaten Match. Ja, aber ja. Das ist so immer etwas geil. Aber das gibt es doch auch zum Beispiel... Wo hat es das gemacht? Bei Hearthstone. Wo hat es das nicht gegeben? Wo du da immer Ranked spielst. Oder halt einfach... Spass-Match machst. In Battlefield kommst du aber immer... Äh... Punkte über Wahrungspunkte. Nein, bei Privates eher nicht. Aha! Einfach sowas als nicht. Ja, okay. Das geht. Ja, aber weisst du... Ich hätte es auch sonst hier nicht möglich gegeben. Hm. Naja, klar. Jetzt ist es einfach so ein Chaos gewesen. Es ist immer ein Chaos. Ja, nein. Ich habe gar nicht... Weisst du... Als Supporter... Wenn du als Supporter nicht supporten kannst... Das ist so scheisse. Ich habe gar nicht meine... Äh... Meine Schild und so weiter. Das habe ich gar nicht nutzen können. Ganz richtig. Ich bin erst zu den Dings... So, wo der Kartus und der eine Line kamen... Dann bin ich erst dort hin gekommen... Und habe ihn müssen retten. Als Support. Also... Oder das Monster ablenkt. Das gar nicht wirklich. Ja. So war es noch mal. Dasselbe volles Gerız DELL Something! Das mal! WasATE! Weil ihr conhecer dir nicht ungwertet.